Fände ich auch cool, wie ich es dem Zug führe, vollkommen egal war, dass die ganze Zeit er so ein Monster war und dafür weiter fährt. Der Zug war eigentlich so leer, ne? Ja. Die Haupttien-China müssen sehr pünktlich sein. Mhm. Wir bringen die Zivilisten in Tachi in Sicherheit. Ist es vorbei? Keine Ahnung. Wir haben getan, was wir konnten. Gehen Sie. Es ist nie vorbei. Mhm. Okay, ich ordne mich ein. Meinst du uns? Gehen Sie mit uns, oder? Keine Ahnung, wir laufen hier mit Waffen rum. Ja, gehen wir mal nach oben. Hm, ne. Ich habe von dir. Was ist das vorbei? Ja. Es ist vorbei. Leon, wir haben ein Problem. Sherry und ihr Begleiter wurden entführt. Unser Satellit audit sie bei einem Unterwasserölfeld, etwa 80 Meilen von ihnen. Entführt? Warum? Die Daten, die sie uns gegeben hat. Moment mal. Moment mal, der Schlüssel, um den C-Virus zu stoppen. Es ist... Jake. Hannigan, können Sie prüfen, ob sich BSAA-Einheiten in der Nähe des Ölfelds befinden? Einen Augenblick. Was ist das? Okay, ich habe einen Chris Redfield dran. Ich stelle sie zum Flugzeug durch. Chris Redfield? Leon, Leon, wo bist du? Chris, wir sind direkt bei Tachi. Warum? Verschwindet, verdammt! Was ist das? Oh. Oh. Das war's für heute. Ja, wir haben jetzt das Intro-Dingens erreicht. Am besten fand ich jetzt Chris. Oh, verschwindet da! Wisst ihr, was ich erstaunlich finde? Trotz all der Scheiße, trotzdem schwimmen und so weiter. Die Frisur sitzt. Ja, das stimmt. Gut, machen wir weiter, würde ich sagen. Oh, wie viele Gegner, die wir besiegt haben. Wahnsinn, ne? Das waren ja auch nicht viele in dem Kapitel. Ist das Robber-Town? Ich glaube, der Boss oder nicht. Ja, weiß ich nicht mehr. Ich kann mich nicht updaten. Auch vielleicht mehr Gegenstände suchen. Ich habe jetzt schon ein Problem. Ich habe keinen Platz mehr. Ich habe 17.800 Punkte. Ich kann mir ja nichts leisten. Ich habe 7.600, das will ich. So, fertig. Ja. Verlassen war fertig, ne? Ja. Ich wollte gerade eben auch schon... Oh, Spiel verlassen. Okay, genau. Wollte schon Spiel verlassen. War kurz... So, X-Kreis. Hä? Nö, falsch. Leon! Leon! Alles klar! Ja. Aber es sieht schlecht aus. Sehr schlecht. Verdammt! Kreis, hör mir zu. Du musst zwei Geiseln aus einem Unterwasserölfeld retten. Agent Sherry Birkin und Jake Mueller. Das ist Albert Weskers Sohn. Wesker? Chris. Er hat Antikörper für das C-Virus. Verstanden. Ich werde es tun. Gut, danke. Leon, warte. Ich muss dir noch etwas sagen. Ada Wong ist tot. Roger. Sherry und Jake brauchen dich. Lass sie nicht im Stich. Ist alles okay? Finden wir die Überlebenden und dann nichts wie weg hier. Echo und HQ, hören Sie mich. HQ und Echo, bericht. Hey, was zur Hölle machen Sie beide da? Wir müssen evakuieren, los! Ja, Sir. Wir sind keine normalen Leute. Eben. Wir wollen dort nach Evakuierten suchen. Moment. Wir wollen helfen. Ich glaube, jetzt kommen Zombies. Also mal aufpassen hier. Ich weiß, dass sie finden den Nebel. Der kommt irgendwie näher. Ja, ich glaube. Da kommen sie. Von hinten kommt der Nebel auch. Also würde ich sagen, wir müssen in den Gang rein. Den hier? Ja. Ja, komm. Wollen wir auch nur zu Zombies werden? Wir machen einen Umwelten zum Turm. Was? Ich muss dir helfen. Sorry, das geht von alleine. Ich habe es nicht bemerkt. Faltische Richtung? Oder ne? Doch, doch, der Reit. Obwohl ich glaube nicht, dass der... Ja. Alles okay? Wie ist das da draußen? Äh, ziemlich nebel. Ich werde es überhaupt nicht. Und das ist noch harmlos ausgedrückt. Wie ist das da draußen? Nach den Evakuierten zu sehen. Wir haben draußen einen Wagen, wenn Ihnen das hilft. Oh, rotes Kraut. Oh, ein grünes Kraut langsam mal. Oh, es kommen welche rein. Oh, nicht schlimm. Auch nicht schlimm. Lesbisch durch, das ist nix. Hier ist was. Oder? Ach, wir müssen uns bleiben. Okay. Guck mal, wie dumm die Zombie-Aussehen als Zombie-Aussehen meine ich. Sag ich gar nicht jetzt. Ach, wie ist das? Ich hatte so ein schwarzes Gesicht von mir. Okay, also müssen wir einfach rennen. Ja. Komm, steht ja auch da hin. Kommen Sie den Struck. Oh. Toll. Wer steckt in dem Kack-Nebel drin. Das ist wirklich auch ruhig. Kack-Zombies. Dass ich die Muni aufhebe, dann tötet ich die Zombie. Aber die sind die Zombie-Aussehen. Ja. Ein paar sind schon oben. Und der Nebel steigt. Der Nebel steigt. Weil wir es voll zu lange rennen vor mir und kommen trotzdem können wir nicht mehr vorwärts. Der Zombie-Nebel. Gleich vor der Tür. Oh oh. Stopp Zombie. Oh hi. Ich lasse dich einfach alles töten. Wieso ich? Ich schieße es schön. So schön. Ein bisschen schießen muss sein. Oh, hinterm auch. Nicht beißen. Das ist ungesund für mich. Weckt ihr das Zombie? Ich mache ungesunde Sachen nicht. Zumindest wenn man sie mir antut. Wenn er will ich schon selbst verschuldet habe. Wenn das so will ist, ich muss gerade nachladen. Ich habe keine Zeit dafür. Ich habe keine Energie mehr zum Treten. Oh nein. Oh, haben die viel gedrückt. Danke. Kein Problem. Man tut was man kann. No, ist mal nachladen. Erstmal töten. Und dann. Habe ich gehört gesehen, aber ich will. Ey. Lass mich doch mal aufsammeln hier. Okay, dann. Dann werde ich es mal mit einer Schmiede einsetzen. Alter, ich habe... Oh, komm es doch weg. Komm es doch weg. Können wir ein wenig mehr der Kopf weg? Ich weiß es nicht. Das sind sehr stabile Zeugs. Jetzt habe ich ein grünes Kraut, was ich brauche, aber... Kannst du mich mal kurz decken? Ich kann nur von einer Seite decken. Ne. Gut, kann ich nicht machen. Obwohl, doch kann ich schon. Erstmal meine Magnum aufladen. Ich wollte es nochmal nachladen. Und dann kann ich das grüne Kraut nehmen. Und dann kann ich kombinieren. Und dann kann ich es wieder wegstecken. Und dann haben wir wieder ein bisschen mehr Heilung. Eigentlich wollte ich meine schöne Mappen dafür gar nicht einsetzen. Wollange müssen wir eigentlich? Keine Ahnung. Überleben ist glaube ich nicht das ist ein bisschen. Oder sind es auch ein Team von mir. Oh, hey. Warum wirst du denn auf einmal so schnell? Blöder Zombie. Das ist auch so, als hätte der einen den anderen totgeschreihen. Ja, dann gibt das. Ah, den hat ich auch den Volk. Hi. Komm, ich glaube, wir sollten weitergehen. Ja. Aber wir gehen eh falsch Richtung. Können wir auch mal auf. Nütze ich. Ich glaube, da können wir immer mehr. Los, schnell! Oh, da geht es wieder raus. Hat er sich gerade für uns geopfert? Ja. Oh Mann, der Arme. Komm ins Auto. Schön, dass schon ziemlich weit weg war. Bitte die Lüftung ausmachen. Vermutlich von der Rakete. Und man kann sogar gucken. Stimmt. Ich dachte, das wäre so eine... Man fährt ja schnell. Tachi ist Schmerzgebiet für Sie. Rückzug, warten Sie auf weitere Befehle. Was? Aber Echo Team ist noch da. Sie brauchen uns. Rückzug, das ist ein Befehl. Wir dürfen niemanden mehr verlieren. Also, so eine Situation würde ich im We-Left nie erleben. Naja. Wer will das schon? Sollen wir proclipsen, Fans? Hi. Nein, du kommst ja nicht rein. Tschüss. Wir sind kein Taxi. Eigentlich schon. Nur das Taxi ist voll. Das stimmt. Oh, nee, wir haben noch einen Platz wahrscheinlich. Oder zwei sogar. Nein, nein, ist besetzt. Guck mal bei dir. Es nimmt dir aber noch frei. Kann ich da nicht gucken. Ich kann maximal aus meinem Fenster gucken. Oder auf den Fahrer. Alles klar. Der fährt im Kreis. Nee. Nee, nee. Fährt nur langsam, weil man im Nebel nichts sehen kann. Ja, ist echt nix. Fährt nur langsam. Ach. Ja. Und was ist denn? Ist schon mal im Wasser. Man sieht halt... Da, guck. Hi. Hi, wie geht's dir? Ha, man kann doch ranzoomen. Wie denn? Ach so. L2. diese geräusche zermatschen wie ein paar zombies lalalala ja dann was könnten wir noch erzählen wir haben ein schwarz bild ein bisschen neblich ich würde jetzt sagen mal intro das ist genau ungefähr da wo es jetzt kommt ungefähr wir müssen gleich rennen hinter uns kommen auch zombies deswegen beeil dich übrigens was kommen noch für to geta projekte von uns in nächster zeit oder was heißt in nächster zeit aber in zukunft ja was was kommt alles wildlands das läuft ja dann das läuft parallel ja müsste parallel laufen eigentlich wenn es nicht dann ist das jetzt schon das dürfte das intro sein ja Na los. Na los. Ich helfe ihnen. Huh? Lea, das ist... Ada. Ich dachte, sie wäre tot.